Hey und willkommen, ich bin der Bergmann. Wäre mal interessant, wenn jemand ein Best-Off oder sowas draus schneidet, wie oft ich, ich bin gespannt oder ich war gespannt oder es war kurz spannend sage. Also ich glaube, das zählt inzwischen echt zu meinen, zu den Sätzen, die ich am häufigsten sage. Okay, ich bin gespannt. Dementsprechend bin ich gespannt. Oh, 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 ich bin gespannt jetzt. Oh, ich bin gespannt. Oh, ich bin gespannt. Oh, okay, okay, okay. Ah, ich bin gespannt jetzt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich war gespannt, wollte ich sagen. Ich bin gespannt. Okay, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. So, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da. Das ist das grüne Blattchen da unten. Und ansonsten freue ich mich auf nächste Folge. Sage danke fürs Zuschauen. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Bergmann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.